Hallo und wunderschöne Juden Bonjour bei einem neuen Madsplay Fallout Shelter. Ja, wir sind dann hier. Was wir machen, wir gehen Pippe mal fortchecken. Von Schwischisch respektiv, wir gehen hier ran. Ich sage dann das Red Rocket. Und dann gucken wir, ob wir alles da mal erwarten. Und ja, ok. Ob wir am Liefstisch gesehen. Wow, cool. Red Rocket. Nice. Wow, wirklich. Was ist das? Yay. Ok, aber wir kriege ich schon heute zu kloppen. Das geht dann. Ok. Ähm, treffe persönlich auf ein ewig. Gespitze. Bob King Paul hat das Ödlern schon stärker gemacht. Nein, nein, nein. Ok. Wow, zugegeben. Hätte ich nicht gerechnet. Oh. Einwerfen. Nicht hier. Wodan. Ich muss jetzt sterben. Oh, nein. Ich muss nur sterben. Au, au, au. Ich muss nur sterben. Oh, nein. Oh, nein. Für was? Oh, nein. Oh, da könnte so eine Edelandschlange quast. Entschuldigung. Oh, nein, ich muss nochvia. Oh, das war ganz nett. Ach. Entschuldigung ist wichtig. Oh. Oh, oh. die wahl kann ich lieber verloh wow 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 wirklich ok cool bei dem noch weg kann man hin zurück holen oder sie zurück holen vielleicht hab's gelanget ausbauen dann hat's wo steck bricht immer äh so kann man's machen hm soll man zum zustick machen? ja komm machen wir mal zustick wow cool pumpkin polo immer fährt ist gut yay sammeln hin los mazura kommen ok dann ähm pumpkin polo haben wir geschmissen wolo fährt er schon ähm abgeschlossen so hop ok ne wohnert aufgeschlossen ähm gehen wir hier ran ähm ja ok hier könnt ihr alle um ähm da gucken wir 15 vor 15 du uuuuuh wtf hm ein mysteriös warf könnte man kreieren hm wenn ich also schnell ich will machen da ziehe ich einfach so einer der Toten auf ne komm wir gehen so einfach ähm hier hin nach vorne nach vorne und dann und dann und dann hier können diese Schlöhei verpieseln und ja was soll man eigentlich machen ähm was man könnte machen man könnte vielleicht mal ein paar Sachen ähm verschmelzen Sachen die man so nicht braucht wie das tut dann auch ähm sammeln ähm da nicht da nicht strahlenschatzanzug ähm hier komm das machen wir wir gehen hinmal hier ein ordentlichen Anzug ähm so gehen wir das mal mal so so nur Fleisch bleiben auf das wird vielleicht auch ähm hin wow ihr braucht definitiv ein besser Waffe an den Anzug ich habe eine Waffe ich habe einen Anzug ich habe eine Waffe ähm den Toten an einen Anzug dann hin krrrrrr ihr bringt mir nicht eigentlich ordentlich Waffen zu holen ja du sollst ja auch gehen ähm und dann holen wir die Leute mit dem Schutz hin hin wenn ich habe schon einen guten Anzug ähm hat braucht noch einen guten Anzug äh äh hat doch noch einen guten Anzug wo sind ja noch vom Schutz ne out 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 nooo schutz die gegritt an die auf an an auf nach und nach nach reih auch nach in auf auf unten zu machen ja Du hast da Lokemei, Wuma können du hinersetzen. Komm, hol mal den einfach noch mal dran. Dann verkaufen wir dir an die Sachen, die wir sammeln, und dann hoffen wir, dass du Lokex fertig hast. Bitte. Hier kriegst du dann Herstellungszeit. Hier kriegst du ein Mittelalter. Hier kriegst du ein Mittelalter, oder der eine Rüstung, die du hast. Nicht nur eine Rüstung, die du hast. Die hat. Schauen wir mal, was tun wir da los von Diakrut. Entschuldigung. Ich muss von heute in die Nüse kratzen. Oh, ein Messie. Ein Messie. Ich weiß nicht, was eine Chance ist. Aber ich weiß nicht, was wir machen können. Ähm. 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 Na, lass mal aber ein bisschen zu doll das. Ähm. Ähm. Zusammengang hier zu stellen. Ihr könnt eigentlich auch Plasma. Plasma-Gewiere hier schon vorher. Ich will hin. Modifizieren. Ich will hier modifizieren. Geh mal auf, lass mal modifizieren. Du bist mal modifizieren. Dann g's immer weiter. Dann g's immer weiter. Dann g's immer weiter. G's immer weiter. Lück. Lückchen. Ruf. 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 Dann. Naja, du kannst auch schon Sachen hier stellen. Dann. Für Baracken etc. P.M.E. Keine Lust. Keine Lust. So. Du hast direkt den. Hier wo alles Probearme ist. Ja. Anpassen. Dann 21. Hm. Dann. 24 gefällt mir auch. Ähm. 24. 24. Kann ich kein. Loll. Okay. Wenn du noch keine richtigen. Ähm. Dinge kannst man. Die richtige. Dann. 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 Vielen Dank.